So, ja diesen Platz, das erinnere ich auch. Damals habe ich auch so langsam gemalt. Jetzt bin ich auf die Stelle. Gehen wir wieder auf die Hauptstraße. Denn hier rechts kommt glaube ich nur das Vaporetto. Ich befreue mich, dass ich so gut zu Fuß bin. Das war ja gar nicht abzusehen im Mai. Aber Herr Hansen hat es nicht gleich gesagt. Ich glaube, das kommt durch die Übung, oder? Durch welche Übung? Ja, also durchs viele Laufen kann man dann wieder besser laufen. Naja, kann auch sein, ja. Guck, sowas brauchen wir am Haus. Jedenfalls, zukünftige Mieter auch sein Schlüsselloch findet. Ja, guck mal, das sind die. Das sind, guck mal hier, Bewegungsmelder und die Lampe. Das muss ich von hier sehen. Ja, die sind größer. Von hier. Nee, das kann ich nicht erkennen. Du musst warten, bis es ausgeht. Naja, am Tag. Also das... Nee, ich kann ja jetzt warten. Ja, du musst noch nicht warten. Ich bin zu nah dran. Naja, auf jeden Fall. Wir haben das, ja. Ja. Der hat auch kein Dach drüber. Nee, es ist hier vielleicht nicht... Der Dach. Ja. Der hat auch kein Dach. Ja, vielleicht ist es hier nicht nötig. Oder wir bringen uns... Hier ist doch einer, guck. Wahrscheinlich, wenn wir gleich weitergehen, kommt noch einer. Dann müssen wir unseren auch ohne Dach anbringen. Das muss der Elektriker, der Stolte, machen. Der tut auch. Der macht bestimmt noch was. Ich gebe Ihnen das Geld vorhin. Jetzt kommen die Gespenster aber. Jetzt kommen sie wirklich. Und da haben wir mal gewohnt. Also da hinten dann links. Ja? Ja. Ja, wo man die Seife machte. Genau. Und da war auch noch so ein Supermarkt. Genau. Und da haben wir... Also... Weißt du, in Frühjahr kann man ja noch... ...mehr machen, nicht? Ich glaube, es ist auch heller, länger helles und so. Ich glaube, man konnte auch ein Jahr offiziell gar nicht nach Deneveg. Die stehen ja da am Markusplatz, am Wasser, oder? Ja, da sind auch welche, aber hier waren Wutte. Das kostet dann nur ein Ohr, oder? Das sind so Gips-Dinger. Ja, das brauchen wir nicht. Vielen Dank. 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 Das Wetter ist ganz gut. Also da in Kufstein konnte man nicht abends mehr rumlaufen. Ja. Ja, aber es war sehr kalt. Ja, da haben wir gestanden. Ja. Ja. Ja, da haben wir gestanden. Ja. Ja, da. Nein. Oh. Niemals. Das war so anders. Aber macht nichts. Hier ist auch schön. Wir sind auch gestanden. Nein. Nee, das war hier. Das war wirklich hier. Das ist diese Brücke, über die wir jetzt gehen. Oder hast du es von da gemacht? Diese gestreiften Pfeiler. Und auf der rechten Seite war so ein kleines Kaffee. Da sind diese Pfeiler, diese gestreiften Pfeiler. Ja. Und hier ist die Brücke. Wenn die simuliert. Nee, das ist nicht überall. Guck mal, der große Lampe, die da ist. Die ist nämlich, das war die Lampe. Fünf Meter Lampe. Fünf Meter Lampe.